Gras und denkst drüber nach, der Tag geht zu Ende. Reicht euch eure Hände und seht wie schön doch Freundschaft ist. Mit Freunden alles erleben, das macht doch erst richtig Spaß. Geh ihnen freundlich entgegen und du wirst sehen, was Freundschaft heißt. Nun liegst du hier im hohen Gras und denkst drüber nach, der Tag geht zu Ende. Reicht euch eure Hände und seht wie schön doch Freundschaft ist. Was man also erlebt hat, an einem einzigen Tag, was man also gesehen hat. Oh Mann, das ist schon echt stark. Nun liegst du hier im hohen Gras und denkst drüber nach, der Tag geht zu Ende. Reicht euch eure Hände und seht wie schön doch Freundschaft ist. Dein Tag geht zu Ende.